Wieso tut Peggy mir das an? Kommt sie nicht einfach zurück zu mir? Peggy! Peggy, ich wollte dir nur noch alles zu lieber. Schatz, ich packe das nicht ohne sie. Manchmal braucht es echte Freunde. Dafür sind doch Freunde da. Aber es sind die besten Freunde auf der Welt. Also, richtige Freunde. Um den Lebensmut zu behalten. Du darfst nicht immer alles zu mit dem Nigger zu sehen. Scheiße. Das war so wichtig, dass das ganze Ding ganz gut startet. Oh, Scheiße. Kommt ja vielleicht gleich hin. Nee, Kim. Nett von dir, aber. War gut. Kim, wirklich. Ja, wirklich. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir drehen ein Promo-Video von dir, für dich, von deiner Bar. Es wird richtig gut werden. Läuft was mit diesem Mic, oder? Deswegen bist du so. Deswegen ist alles so. Mit diesem Scheißlappen Mic, hä? Hallo? Fass mich nicht an. Und? Fass mich noch einmal an. Berlin Tag und Nacht. Montag bis Freitag, 19.05 Uhr bei RTL 2. Jetzt schon vor TV-Ausstrahlung die aktuellen Folgen streamen. Nur auf TV Now.